Liebe Annette Frier, ich habe recherchiert, dass Sie ursprünglich den schönen Geburtsnamen Wünsche trugen. Was wünschen Sie sich denn für die bevorstehende Nacht? Also ich muss jetzt leider ein bisschen korrigieren. Mein ursprünglicher Name ist Frier. Ich bin verheiratet mit einem Herrn Wünsche. So ist die Reihenfolge. Und ich wünsche mir, dass ich jetzt mit dem Wünsche auf meinen Platz gehe. Susan Sarandon, Kevin Spacey und der Terminator. Auf welchen dieser Hollywood-Stars freuen Sie sich am meisten und warum? Ich glaube, ich freue mich am meisten auf Susan Sarandon, weil die unter anderem dafür verantwortlich ist, dass ich diesen Beruf so gerne mache. Dann verraten Sie uns bitte noch, was ist Ihr nächstes spruchreifes TV-Kino oder sonstiges Projekt? Im April die Mütter-Mafia am ZDF. Zweiter Teil, stimmt's? Richtig! Und im Mai ein schöner Film für die ARD. Sophie heißt der. Okay, kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, danke, Sie aber auch. Tschüss. Und im Mai ein schöner Film für die Nacht.